Geständnis, Georgina Fleur wünscht ein weiteres Baby. Folgt da bald weiterer Nachwuchs? Georgina Fleur, 32, wanderte im Jahr 2020 mit ihrem damaligen Freund Kubilay Özdemir nach Dubai aus. Nachdem sie zusammen an der deutschen Reelle-DTV-Show das Sommerhaus der Stars teilgenommen hatten. Kurz danach trennten sie sich schon, dennoch bekam Georgina von ihm im August 2021 ihr erstes Kind. Seitdem scheint sie in ihrer Mutterrolle vollkommen aufzugehen. Sie möchte jetzt sogar noch ein zweites Kind haben. Ich will noch ein Baby, schrieb sie am Donnerstag in ihrer Instagram-Story. Der Kommentar kam, als sie mit ihrem Kind und ihrer Freundin C.I. unterwegs war. Diese ist gerade ein zweites Mal Mutter geworden und zeigte sich auf dem geposteten Bild in einem süßen Blümchenkleid. Welches perfekt zu der Hose des Babys passte. Ob von Georginas Seite auch bald ein zweites Kind folgen wird? Bisher ist nichts über einen neuen Freund der Reelle-DTV-Teilnehmerin bekannt. Es bleibt also abzuwarten, wann der nächste Nachwuchs folgt. Vergangene Woche kamen Gerüchte auf, dass Kubilay und Georgina wieder miteinander anwandeln. In einem Interview mit Bild meinte sie, sie habe ihn getroffen, damit ihre Tochter ihren Vater kennenlernen könne. Am Dienstag klang es von ihrer Seite aus nicht so, als ob sie sich nochmal mit dem Deutsch-Türken einlassen wird.